Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 16. Februar 2021. Es steht nun fest, an wen der Siegespreis in der Kategorie Kurzfilm beim Istanbul Film Festival ging. Aus den 2500 Teilnehmern musste der Sieger ermittelt werden. Der Zeitraffer-Trickfilm von Feuerjunge, R.O.B. und Bärenschnitzerei hat gewonnen. Feuerjunge hat daheim über ein Jahr Arbeit investiert, um diesen Film über zwei verliebte Individuen fertigzustellen. Dennis, ein Mitglied der Jury, bewertete das Resultat wie folgt. Dieser Film markiert den Anfang einer neuen Ära in der Filmindustrie. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Was für eine Antwort erwartet ihr denn jetzt? Ich habe mich verlaufen. Wisst ihr, wo wir sind? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Junge Blue. Der 16. Februar war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.